Ich muss jetzt ganz viel atmen, weil meine Nase so unendlich verstopft ist, dass ich jetzt hier noch doppelt atmen muss. Wie kann man so eine riesen Nase haben und dann nicht richtig atmen können in die Nase? Das ist mir auch ein Rätsel. Heute geht es um das Thema Mythen und Tipps, die ihr bekommt, die überhaupt nichts bringen, womit man gar nichts anfangen kann. Was hat der Gesanglehrer schon wieder gesagt? Ich habe es nicht verstanden. Was meint er mit Lächeltechnik, Mischstimme noch nie gehört, Sing in the Mask, in den Bauch einatmen und all diese verrückten Tipps, die ihr bekommt, wenn ihr beim Gesanglehrer seid. Jetzt neu bei uns. Gesangsgruppenunterricht. Jeden Samstagmorgen für 9,90 Euro die Stunde. Popgesang für Anfänger, Masterclasses oder Einzelstunden findest du bei tanjalebyvocalstudio.com. Übungspakete gibt es schon ab 13,99 Euro. Wie singst du mit Power? Was ist Mixed Voice und wie kann ich Töne treffen? Hol dir jetzt dein Übungspaket oder starte mit Gesangsunterricht auf tanjalebyvocalstudio.com. Tipp Nummer 1, ganz häufig gehört, ist Sing in the Mask. Und dieser Begriff ist so ein bisschen aus den 80ern, 90ern entstanden. Ist auch so ein Begriff, der häufig im Musical-Jargon verwendet wird. Fragt 10 Gesanglehrer und die werden dir wahrscheinlich was ganz anderes dazu sagen. Hier also meine Variante vom New York Vocal Coaching, was sie uns zu diesem Thema gesagt haben. Und zwar Sing in the Mask ist diese Idee, dass der Sound hier vorne vibriert. Der Sound, der durch den Körper reist, der durch unsere Hohlräume reist, kommt ja bei uns immer anders raus, als du den hörst. Oder als ich den jetzt höre selber. Wenn ich jetzt singe, dann habe ich immer das Gefühl, oh, das klingt wie Kermit. Aber du hast das Gefühl, vielleicht das klingt gar nicht schlecht. Der Sound, also was wir wollen jetzt, ist, dass der Sound ein bisschen hier vorne stattfindet. Sing in the Mask. Viele, beispielsweise, wenn sie das Gefühl haben, sie singen in der Kopfstimme, haben sie das Gefühl, es vibriert irgendwie hier, es vibriert irgendwie hier oder es geht hier durch den Kopf. Also es findet so eine Art Vibration statt. Und gerade bei solchen nasalen Sounds wie Twang oder nasalen Konsonanten hat man das Gefühl, oh, der Sound findet hier vorne statt. Wow, der Sound ist sehr omnipräsent und zwar hier in der Mask sozusagen. Und das ist der Begriff, also im Grunde genommen ist da nichts anderes, außer dass man das Gefühl hat, hier vorne entsteht diese Vibration. Wir wollen diesen Sound von irgendwo hinten nach vorne bringen. So dass der Sound nicht irgendwie wie bei den Deutschen ist. Der Sound ja immer so meist hinten mittig. Bei den Amerikanern ist der Sound sehr weit vorne. Hi, I'm Tanya from Wyoming. It's so cool to have you here. That Sound, it findet hier ganz vorne statt. Das ist dieser vordere Placement Sound. Placement macht man auch eigentlich den Sitz, also wo der Sound sitzt. Drücke aus dem Bauch. Wo ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, ja, drücke aus dem Bauch. Man kann ja gar nicht richtig aus dem Bauch drücken. Man kann ja dort die Muskeln aktivieren. Wir wollen aber nichts aus dem Bauch drücken. Das heißt, wenn ich jetzt aus dem Bauch diesen Krafteinsatz nehme, also aus den Muskeln, aus dem Zwerchfell, aus diesen Bauchmuskeln, ne, dann kreiere ich eigentlich so eine Überspannung. Was ja passieren soll beim Singen ist, dass du schon deine Muskeln aktivierst. Aber wenn du sie so überaktivierst, dann erzeugst du diesen Druck. Dann drückst du eigentlich, weil ich drücke ja vom Bauch und letztendlich drücke ich ja dann ja auch von hier, weil ich pushe ja diese Note raus. Das heißt, drücken aus dem Bauch, damit meint die Gesanglehrerin wohl wahrscheinlich, benutze dein Zwerchfell, benutze so eine aktive, gesunde Spannung, moderate Spannung aus deinem Zwerchfell und aus deinen Bauchmuskeln heraus. Genau, drücken wollen wir aber. Chris schreibt auch, hebe den Gaumensegel an. Und dazu habe ich mehrere Videos, die verlinke ich euch jetzt hier oben. Der Gaumensegel ist extrem wichtig beim Singen. Hebe den Gaumensegel an. Man kann, der Gaumensegel ist ja Tissue, ne, wie heißt das auf Deutsch? Da gibt es so ein paar Tricks, zum Beispiel, tu mal so, als ob du dich erschrickst, erschreckst. Und dann hat sich plötzlich hier was bewegt. Aber das sind so ganz kleine, feinmotorische Sachen, die wir gar nicht mehr richtig fühlen können. Wir können das nur so erahnen, wir können da Metaphern bilden und Übungen, wo wir so ein bisschen ein Gefühl bekommen. Aber so richtig die Stimme ist ja nicht so ein Muskel wie jetzt, ich spanne jetzt hier mal meinen dicken Arm an, dann fühle ich das. Ich kann das anspannen. Aber mit dem Stimmmuskel geht das nicht. Also wir können das, weil es so klein ist, so feinmotorisch, dass wir nur so mit Metaphern... Wichtig ist zu wissen, wo ist der Gaumensegel? Und ich blende jetzt hier mal so ein Foto ein. Und wo ist der Gaumensegel? Was passiert beim Gaumensegel? Ja, da hängt mein Gaumensegel. Gaumensegel. Das war meine Nase. Ich habe die größte Nase wahrscheinlich in ganz Singapur und die ist auch noch verstaubt. Und ich kann überhaupt nicht reden, aber ich muss gleich unterreden. Rafi333 schreibt, ich war im Stimmbruch und mein Gesangslehrer sagte immer Bauchatmen. Ja, ganz häufig heißt es ja Atme aus dem Bauch. Mittlerweile habt ihr das bestimmt durch meine anderen Videos mitbekommen. Es gibt ja eigentlich keine richtige Atme aus dem Bauch. Der Bauch ist ja kein Hohlraum. Da kann man jetzt nicht einfach noch mal schön richtig Luft rein, raussaugen. Was wir jetzt hier meinen, ist eigentlich die Zwerchfellatmung. Und zwar die Zwerchfellatmung, da senkt sich das Zwerchfell, erweitert sich, schafft also Raum. Die Muskeln zwischen den Rippen erweitern sich und schlussendlich bliegt sich dann der Bauch so aus. Ich muss jetzt ganz viel atmen, weil meine Nase so unendlich verstopft ist, dass ich jetzt hier noch doppelt atmen muss. Ich muss jetzt hier noch doppelt atmen. Denk tief bei hohen Tönen. Das ist auch etwas, was ich sehr häufig gehört habe, selber aber eigentlich nie verwende, weil ich selber mit diesem Begriff gar nichts anfangen konnte. Ich erinnere mich, dass ich auch sowas sehr häufig gehört habe. Was hier gemeint ist, ist, dass man den Kehkopf stabilisiert. Also man soll den Kehkopf ja nicht unnötig manipulieren, nach oben, nach unten. Aber wenn du andere Stilistiken benutzt, dann bewegt sich dein Kehkopf. Also dein Kehkopf ist etwas, was sich halt bewegt. Man kann den ja nicht statisch die ganze Zeit halten, es sei denn, du singst klassisch. Klassisch ist ja auch etwas ganz anderes und mit Popmusik und Musicals sind zwei Welten. Denk hoch und sing hoch, wo du dann... Ich glaube, viele würden dann den Kehkopf einfach so krass manipulieren und hochschießen. Wie kann man so eine riesen Nase haben und dann nicht richtig atmen können in die Nase? Das ist mir auch ein Rätsel. Denk einen Halbton höher, sonst kannst du den Ton nicht halten. Ja, ich benutze auch halt solche Metaphern natürlich. Manchmal passiert es, dass der Schüler unterm Strich einfach fletzigt und den Ton nicht trifft. Er ist aber auf dem Ton, aber er singt so ein bisschen bluesig. Das heißt, er ist nicht zu 100% auf diesem Ton. Jetzt stell dir mal vor, das ist jetzt der Ton und ich sage immer, springe auf dem Ton rauf. Denk halt ein bisschen höher. Was aber auch oftmals mit dem Gaumensegel zu tun hat. Der Gaumensegel kann auch ein Indikator dafür sein, dass du jetzt flat bist hier. Aber ich sage auch mal, denk ein bisschen höher, weil viele visieren den Ton immer so von unten an. I'm on the edge, I'm on the edge of glory. I'm on the edge, I'm on the edge. Das heißt, was wir halt eben wollen, ist, dass der Schüler so ein Gefühl dafür bekommt, so ein bisschen, ja, nicht eben von unten. I'm on the edge, I'm on the edge. Und ich benutze dann immer, hab das Gefühl, du springst auf den Ton drauf. I'm on the edge. Und, ja, das hilft halt so ein bisschen auch, den Gaumensegel anzuheben. Das denke ich natürlich dann. Müsst ihr jetzt mal fragen, was meine Schüler dazu denken. Die Stimme einfach mischen. Ja, Mixed Voice ist einer von diesen Begriffen, mit denen einfach viele Leute überhaupt nichts anfangen können. Dazu habe ich auch ein Video. Schaut mal jetzt bei diesem Video rein. Da ist oben hier der Link. Also Mixed Voice ist im Grunde eine Koordination zwischen deinem, ja, Thyroid Muscle und deinem Crycoid Muscle. Also zwischen Bruststimmregister und Kopfstimmregister. So würde ich das jetzt einfach mal erklären. Aber Mixed Voice bedarf ein bisschen mehr Zeit. Und Einfühlungsvermögen, ganz viel Feintuning herauszufinden, wie kann ich einfach diesen Blend, diese Mischung bekommen aus beiden Registern. Das dauert schon ein bisschen mehr. Das ist nicht etwas, was du in einer Stunde hinbekommst. Und manche bekommen eine Idee davon in einer Stunde hin. Aber das dauert doch ein bisschen mehr. Wir reden jetzt hier von Gesangstechniken, die sehr explizit sind so. Und, ähm, ja, das würde auch das Video jetzt hier sprengen. Deswegen schaut mal in dieses extra Video hier rein. Mara schreibt, versuche geradeaus zu singen, als wollte man eine Zielscheibe treffen. Finde ich eigentlich gar nicht bescheuert. Benutze ich auch tatsächlich. Ich sage immer im Englischen, narrow your breath. Also das heißt, wenn man ganz viel Luft benutzt, dann ist man so ein bisschen überall mit der Luft. All over the place with the air. Also was man hier halt einfach machen will, ist, dass man so einen Tonstrom hinbekommen will, ähm, der so ein bisschen kleiner auch will. Man will weniger Luft verbrauchen. Man will aber so eine Metapher schaffen, indem man einfach geradlinig den Ton klar aussingt. Und ich benutze das eigentlich auch. Man will halt nicht so ein bisschen, viele benutzen ja auch ihre Zunge falsch beim Singen. Viele machen ja auch den Mund irgendwie zu weit auf oder nicht richtig auf. Das heißt, in dieser Kombination kommt der Ton ganz anders raus. Und der kommt halt einfach nicht gut raus, so. Und das ist halt so eine gute Metapher, die so ein bisschen halt diesen Tonstrom, ne. Die sorgt halt dafür, dass du ein bisschen klarer singst, ein bisschen gerader, liniger. Ein bisschen mehr ein Feingefühl bekommst für den Ton. Und nicht halt, äh, 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 äh. Und, ne, das hilft dir auch so ein bisschen zu verstehen, wie ist meine Zungenposition beim Singen in diesem Ton auch. Und, ja, äh, äh, wie, wie ist halt mein Ambyshire, wie ist mein Mund, wie ist die Stellung von meinem Mund. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen Klarheit ins, ähm, ins Dunkle bringen und ein bisschen Licht ins Dunkle mit diesen Metaphern. Schreibt doch mal unten in die Kommentare, was war so das Weirdeste, was ihr je gehört habt beim Gesangsunterricht. Äh, ähm, ich hab auch immer nie Bruststimme verstanden. Ich hab auch immer dieses Denktieferhundtönen. Das war auch immer für mich so, oh, was passiert da jetzt da? Und, ähm, ja, schreibt doch mal rein in die Kommentare, was ist halt so euer, hm, naja, das, das verstehe ich jetzt einfach nicht. Und, ja, Abonbon, Daumen hoch, schaut mal jetzt in die nachfolgenden Videos rein. Hier ist einmal Mixed Voice, ähm, und hier geht's auch nochmal zum Thema Gaumensegel. Und, ja, was passiert da eigentlich mit dem Gaumensegel? So, ich drück euch und ich seh euch in meinem nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.